Ein Kationen-Kationen ist ein positiv geladenes Ion. Da sich positiv geladene Ionen bei einer Elektrolyse stets zur Kathode bewegen, wurde für sie der Name Kationen gewählt. Diese entstehen aus Atomen oder Molekülen durch Abgabe von Elektronen oder Aufnahme von Wasserstoffionen H+. Salze sind immer aus Kationen und Anionen zusammengesetzt. Der Austausch zwischen verschiedenwertigen Kationen wird durch die Gapon-Gleichung beschrieben. Zum chemischen Nachweis von Kationen werden moderne Laborgeräte aus der instrumentellen Analytik oder auch nur einfache Kationen-Nachweise im Reagenzglas eingesetzt. Metallionen Metallionen sind einfache Kationen, die sich aus Metallatomen durch Elektronenabgabe bilden. Beispiel von Metallionen nach ihrer Wertigkeit geordnet. Einwertig K+, Na+, Li+, Cu+, Zweiwertig Mg2+, Ca2+, Bar2+, Cu2+, Fe2+, Zn2+, Dreiwertig All3+, Fe3+, Vierwertig PB4+, Einige Metallionen wie Eisen, Zink oder Kupferionen haben als Spurenelemente in der Biologie eine Bedeutung. Sie sind beispielsweise Kofaktoren bei Metalloenzym. Zusammengesetzte Kationen Beispiele für zusammengesetzte Kationen NH4+, H3O+, No+, Tetramethylammoniumchlorid NCH3-4 plus Cl- und Trithylaminhydrochlorid HNC2H53 plus Cl- sind Beispiele für organische Ammoniumsalze, bei denen der Stickstoffatom ebenfalls vier Bindungspartner hat. Diese jedoch organische Reste oder teils auch Wasserstoffatome sind, wie in Hydrochloriden, Hydrobromiden oder Hydroiodiden. Die Ladung von einfachen Kationen NaNa++1i- Aus dem Natriumatom entsteht durch Abgabe eines Elektrons ein einfach positiv geladenes Natriumion. Dadurch, dass eine negative Ladung im Atom weniger vorhanden ist, überwiegt die positive Ladung. MgMg2++2i- Durch Abgabe von zwei Elektronen entsteht aus einem Magnesiumatom ein zweifach positiv geladenes Magnesiumion. All I3++3i- Das Aluminiumatom wird nach Abgabe von drei Elektronen zu einem dreifach positiv geladenen Aluminiumion. Die Ladung der Metallionen ergibt sich aus der Elektronenkonfiguration. Die Abgabe von Elektronen hat das Ziel, gleich viele Elektronen wie ein Edelgas zu erreichen. Die Anzahl der abzugebänden Elektronen richtet sich nach der Anzahl der Außenelektronen, die sich im Periodensystem für die Hauptgruppenelemente aus deren Hauptgruppennummer ablesen lässt. Metallhydroxokationen In wässrigen Lösungen liegen Metallkationen entweder hydratisiert vor oder sie bilden je nach pH-Wert und Art der Metallkationen und Ladungszahl. Hydroxokomplexe bzw. Isopolioxokationen mit der allgemeinen Formel MxO-UVWN+, wobei nicht alle liganten Arten gebunden werden müssen. Kationen mit kleinerer Ladungszahl bilden bevorzugt Aqua- und Hydroxokomplexe. Kationen mit einer höheren Ladungszahl bilden bevorzugt Oxokomplexe. Mehrere Metallkationen im Komplex sind über Sauerstoffbrücken gebunden. Bei einem hohen pH-Wert können diese Komplexe zu Hydroxiden reagieren, die aus der Lösung ausfallen, oder sie bilden negativ geladene Hydroxokomplexe.